In diesem Video zeige ich euch, wie man einfache Objekte in JavaScript erstellt. Ich habe euch bereits vorgestellt, was Objekte sind und ich habe auch gesagt, dass Erase-Objekte sind und wir haben bereits Erase geschaffen, aber es gibt auch viele andere Objekte und das grundlegendste Objekt ist das Objekt-Objekt quasi. Das ist das Objekt in Reihenform, wenn man so will, weil das keine Eigenheiten hat. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie ihr das erstellt und was das genau ist. Also öffnet wieder eure Konsole. Wir erstellen uns eine Variable, die ich mal o nenne für Objekt. Und das Erstellen eines Objekts funktioniert im Grunde sehr ähnlich dem Erstellen eines Arrays. Bei einem Array nutzen wir eckige Klammern und bei einem einfachen Objekt nutzen wir geschweifte Klammern. Semikolon dahinter und Enter und das ist euer erstes einfaches Objekt. Gucken wir uns das mal an und da steht jetzt Object und dahinter die geschweiften Klammern auf und zu. Ich hatte euch vorgestellt, dass Objekte Properties haben, Eigenschaften. Und um so eine Eigenschaft zu schreiben, nehmen wir das Objekt, schreiben einen Punkt oder die eckigen Klammern, hatte ich euch auch vorgestellt, die Klammernnotation, aber jetzt nehme ich mal hier die Punktnotation und dann kommt der Name der Property, das schreibe ich jetzt mal hier ganz generisch myProperty, also meine Eigenschaft, und setze die auf irgendeinen Wert. Nehmen wir mal jetzt auch ganz generisch myValue, also mein Wert. Gucken wir uns jetzt nochmal das Objekt an und jetzt steht der Object und dann in den geschweiften Klammern diese Eigenschaft, myProperty, myValue. Bei Erase ist das zum Beispiel so, dass die bereits mit einem LengthProperty kommen und diese Objekte hier, diese einfachen Objekte im englischen PlaneObjects, die haben halt keine Eigenheiten, die sind quasi kommen mit gar nichts, da ist kein LengthProperty oder sonst was. Wir können übrigens auch schon beim Erstellen des Objektes die Property übergeben, also ich schreibe nochmal das O und setze es auf ein Objekt und jetzt schreibe ich zwischen die geschweiften Klammern hier als String myProperty und dann Doppelpunkt und dann myValue wieder, auch ein String, dann geschweifte Klammer zu, Semikolon und Enter und wir sehen, das ist jetzt inhaltlich gesehen genau dasselbe Objekt, also das kommt aufs selbe raus. Die Namen der Properties kann man in Anführungszeichen schreiben, so wie ich das hier gemacht habe, aber man kann die Anführungszeichen auch weglassen, das geht auch. Diese einfachen Objekte, PlaneObjects, werden auch als Objektliterale bezeichnet und man kann so einem Objekt auch mehrere Properties anhängen, also man ist nicht nur auf einen Property begrenzt. Zum Beispiel mache ich jetzt mal eine neue Variable, die ich Actress nenne, also Schauspielerin und da erstelle ich ein Property namens name und setze das auf Jodie Foster, also wieder wie bei Schwagen Dilemma und dann schreiben wir ein Komma und können dahinter das nächste Property erstellen. Also schreibe ich mal gender, female, Komma, birthday, Doppelpunkt und dann schreibe ich es mal als String, sie hat am 19. November 1962 Geburtstag. Und wenn wir uns jetzt dieses Objekt ansehen, dann sind da all diese Properties, ich könnte jetzt also auch Actress name auslesen und bekomme dann Jodie Foster oder Actress gender und bekomme female oder Actress birthday und bekomme dann den 19.11.1962. Aber um ehrlich zu sein, genau dieser Geburtstag beziehungsweise dieses Datum stört mich, weil das hier jetzt in so einer festgelegten Schreibweise ist. Das ist jetzt hier die europäische Schreibweise, aber was zum Beispiel, wenn wir dieses Objekt in irgendwie einer Datenbank eingeben, zum Beispiel die IMDb, nehmen wir mal die IMDb, die ist weltweit zugänglich und man hat unterschiedliche Schreibweisen für Daten weltweit. In den USA zum Beispiel würde das Ganze so geschrieben werden. 11.19.1962. Aber das wiederum wäre dann für uns Europäer irgendwie ungewohnt. Das heißt, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, einen speziellen Datum zu spezifizieren, in einer Art und Weise, die dafür wirklich gemacht ist? Und ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken können, die gibt es. Und zwar in Form des Datum-Objekts, im Englischen Date, so heißt das Objekt. Führen wir das mal aus und da bekommen wir jetzt das da, Function, Date und dann steht da Native Code. Das sieht jetzt noch nicht so ganz nach einem Datum aus und wir haben dem jetzt hier ja auch noch gar nicht gesagt, wann, also welches Datum wir meinen. Wir haben hier noch gar nicht Jodie Fosters Geburtstag übergeben, das heißt, der kann unser Datum ja noch gar nicht kennen, das wir hier angeben wollen. Wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt Jodie Fosters Geburtstag hier als Datum übergeben können? Schaut zu und lernt! Ich schreibe nämlich new davor und dann Klammer auf 1962 10 19, Runde Klammer zu und das bekommen wir. Montag, November der 19. 1962 um 0 Uhr 0 und 0 Sekunden Greenwich Mean Time plus 0100, also plus eine Stunde CET. Was ist das? Was habe ich da gemacht, bzw. was bedeutet dieses new davor? Die Sache ist, wenn wir ein Objekt haben, egal was es ist, dann muss es ja von irgendwo herkommen, wenn wir zum Beispiel hier eine Ente haben, dann muss ja irgendwo festgelegt sein, was diese Ente ist, was die macht, was für Eigenschaften die hat, was die kann und so weiter. Und das ist festgelegt. Es gibt so eine Art Vorlage und aus dieser Vorlage heraus erstellt man Exemplare von dieser Vorlage. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, auch für diese Ente gibt es eine Vorlage und man macht ein Exemplar, in dem man sagt, man will hier eine neue Ente haben. Und diese neue Ente wird dann hier in diesem Fall dieser variablen Ente zugewiesen. Das eine ist der Constructor oder im Englischen Constructor, der konstruiert das Objekt, der erstellt das Objekt und das andere ist die Instanz. Und im letzten Video hatte ich euch Konventionen vorgestellt und auch hier gibt es eine Konvention, nämlich, dass Konstruktoren großgeschrieben werden, also zumindest, dass der erste Buchstabe großgeschrieben wird und Instanzen werden klein geschrieben bzw. CamelCase, aber dazu kommen wir noch. Und um genau zu sein, gilt dieses Erstellen aus einer Vorlage, das Instanziieren eines Konstruktors, nicht nur für Datumsobjekte und Enten, wie in diesem Fall, das gilt, wie gesagt, für alle Objekte und somit auch für Arrays und diese einfachen Objekte, die ich euch gezeigt habe. Diese Schreibweise hier mit den eckigen Klammern bzw. mit den geschweiften Klammern ist nur eine Abkürzung, um es zu vereinfachen, von der Schreibweise, in der man schreibt newArray bzw. newObject. Wann immer man ein Objekt erstellt, egal was für ein Objekt das ist, gibt es eine Vorlage, einen Konstruktor, aus dem man instanziiert. Das ist deswegen nötig, weil wenn wir zum Beispiel hier unser Datum nehmen, da können wir in der Vorlage schon wissen, dass dieses Datum einen bestimmten Zeitpunkt enthält und wir können bereits Funktionen schreiben, um auf den Zeitpunkt auf verschiedene Weise, zum Beispiel in Form von verschiedenen Schreibweisen zuzugreifen und ihn auszulesen oder auch den Zeitpunkt, den man enthält, zu ändern. Aber wir können in der Vorlage nicht wissen, welchen Zeitpunkt wir eigentlich behandeln müssen. Und deswegen gibt es diese Vorlagen, und aus den Vorlagen erstellt man dann die jeweiligen Objekte, die man braucht, in dem Fall mit den jeweiligen Zeitpunkten, die man braucht. Das ist jetzt etwas abstrakt, aber in den nächsten Videos kommen wir noch dazu, dass wir unsere eigenen Vorlagen erstellen, also unsere eigenen Konstruktoren. Im nächsten Video geht es jetzt erstmal um dieses Datumsobjekt, da beleuchten wir das nochmal genauer und arbeiten mit dem und lernen die Funktionen kennen. Um das nächste Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte, oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran. Das Video geht es um zu, dass wir nochmal auf und nicht so weit sind. Und dann, nach dem Video geht es um den OK-Video zu sehen. Dann über das Gleichgewicht. Das B wingt und ihr das B wingt und ihr das B wingt und ihr das B wingt. Hmpf hat einen Kimt.